Sie schauen natürlich bald aus, weil ich bin kein Dichterin, sondern jeder Vorstand hat etwas gedichtet. Ich habe nichts gedichtet. Wir haben gesagt, wir singen jetzt aus dem Stehgreif Geburtstagslied. Wir haben selber nichts gewusst davon, das habe ich jetzt erst rausgemacht mit Ihnen. Und ich habe auch trotzdem noch ein paar Zeilen, ein ganz kleines Gedicht, wo ich der Jugendbruch schon mal gesagt habe. Liebe Marina, dass du gesund bleibst und zufrieden, dass es mir immer gut gehen mag, dass ihr viel Glück noch seid geschieden. Das wünschen wir dir zum heutigen Tag. Und jetzt sagt... Heutzutage, liebe Feste, wünschen wir dir Herz und Wund. Wir für alle Zeit das Beste, Glück und Segen jede Stunde. Möge dir der Himmel geben, alles was dein Herz begehrt, Glück, gesundheit, langes Leben und was uns dazu gehört. Möge dir der Himmel geben, alles was dein Herz begehrt, Glück, gesundheit, langes Leben und was uns dazu gehört. Möge dir der Himmel geben, alles was uns dazu gehört. Wir gratulieren, wir gratulieren, wir gratulieren, wir gratulieren. Wir gratulieren, wir gratulieren, wir gratulieren, wir gratulieren. Also, meine Lieblingssägerin, ich denke, tanze, wir laufen, was ich nicht singe. Also, kann man sich verlaufen? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Du bistung und hat ins Ziel, du bistung und wirdnig. Ey, 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 ey. Fabi, stabil, debemos. Du bist. Preise Busche, die Sanft Bard diverse. Vielen, vielen Dank.